Hallo, mein Name ist Susanne Trautmann. Ich bin B2B-Marketer aus Leidenschaft und ein absoluter Strategienerd für das Thema Go-To-Market. Mein Job ist es, Menschen, die wirklich innovativ sind, dabei zu begleiten, ihre Ideen in die Welt zu tragen. Und falls ihr mit euren Produkten noch nicht den Nerv eurer Zielgruppe trefft oder euch beim Gedanken an euren nächsten Product Launch schon der Schweiß auf der Stirn steht, dann ist diese Episode genau die richtige für euch. Bleibt doch einfach dran. Hallo Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Susanne, wir reden heute über Produkt Lounges. Produkt Lounges sind so in puncto Vermarktung häufig sehr komplex, fressen viele Ressourcen. Jetzt habe ich deinen Vortrag gehört bei der Campix und zwar zu dem Thema Marketing Canvas Modell. Business Canvas Modell kenne ich ja, aber was genau ist denn ein Marketing Canvas Modell und wo setzt es an? Ja, das ist eine sehr coole Frage, Mario, denn das Marketing Canvas setzt genau da an, wo das Business Model Canvas aufhört. Denn ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal gefragt hast, was mache ich denn, wenn der Prototyp fertig ist, wenn diese Geschäftsidee steht, wie trage ich dann meine geniale Idee in die Welt? Und das ist genau dieser Pain, den ich mit dem Marketing Canvas löse. Ich helfe quasi innovativen Teams, den Nerv der Zielgruppe zu treffen und zu kommunizieren, was sie da eigentlich gebaut haben, warum und für wen und warum brauche ich das? Auf dem Weg zum Product Market Fit brauchst du halt guten Content. Und ich habe so beobachtet, dass das Thema Strategie so unangenehm ist wie ein Zahnarztbesuch für ganz viele Menschen. Man versucht das zu vermeiden, denn es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, als zwei Tage mit Menschen in einem Meetingraum zu verbringen. Man ist vielleicht schlecht vorbereitet und danach passiert auch nichts. Und das muss ja nicht sein. Also angenommen, das könnte ein ganz spaßiger Prozess sein, der kurzweilig ist und gut strukturiert. Und das versuche ich mit dem Canvas-Modell zu schaffen, weil Canvas-Modelle sollen uns ja Klarheit bringen, komplexe Probleme in kleine Scheibchen lösen. Das macht ja auch das Business Model Canvas. Das zeigt dir die Stellschrauben für eine Geschäftsidee. Das Marketing Canvas zeigt dir die Stellschrauben auf dem Weg zum Product Market Fit. Ich finde das interessant für Unternehmer, die noch kein Unternehmer waren, vielleicht auch mit so einem Modell, sich vielleicht auch an sowas heranzutasten. Finde ich total spannend, diese Idee. Du hast mich eben gefragt, vielleicht kennst du das. Also bei mir lief das immer ganz anders. Total unstrategisch. Ich probiere einfach mal aus und mache. Wahrscheinlich war das strategischer, als ich das selbst in meinem Auge hatte. Ich habe mich mit diesem, oder als ich das selbst wollte oder gedacht habe, dass es das ist. Ich habe dieses Business Canvas-Modell, da habe ich mich echt mal lange mit beschäftigt, aber lange nachdem ich ein Unternehmen gegründet habe oder auch meine Unternehmen, die ich jetzt habe, gegründet habe. Und natürlich habe ich das ein bisschen genutzt, um nachzujustieren an der einen Stelle, aber vieles ist bis dahin schon im Brunnen gefallen gewesen oder vielleicht war es auch schon so am Laufen, dass ich das gar nicht mehr so strategisch nochmal nachziehen konnte. Ich weiß nicht, man kann es immer irgendwie ein bisschen, aber ich bin eher so dieses Nicht-Role-Model, Anti-Role-Model, glaube ich hierfür, aber ich finde das Modell gut. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt hier im Podcast haben. Und als ich das mit dem Marketing Canvas gelesen habe, habe ich mir gedacht, die Susanne, die frage ich mal ein bisschen mehr darüber aus. Und jetzt, dann gehe ich mal direkt mal in die nächste Frage rein. Wie ist denn dein Modell aufgebaut und gibt es einen konkreten Prozess dahinter? Ja, ich will auch gerade nochmal auf das, was du eben gesagt hast, eingehen. Das ist ein echter Glaubenssatz halt auch, dass man halt denkt, so ein Template schränkt meine Kreativität ein. Das macht eigentlich genau das Gegenteil. Ich glaube, indem du so ein Guidelines hast, weißt du genau, du kannst eigentlich gar nichts vergessen und du wirst noch viel kreativer, weil du das einfach Stück für Stück abarbeitest. Und vielleicht kennst du dieses coole Zitat von Albert Einstein. Der hat mal gesagt, wenn ich nur eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, ich beschäftige mich 55 Minuten mit dem Problem und fünf Minuten mit der Lösung. Und genau darin liegt der Zauber von Canvas-Modellen. Du gehst halt einmal so 360 Grad durch alle Themenfelder, die in dem Kontext dieses Go-to-Market-Prozesses relevant sind, durch. Und das ist derartig kreativitätsanregend und inspirierend, gerade wenn du das eben nicht alleine, sondern mit den Menschen machst, in deiner Organisation die richtige Ahnung haben. Du kommst automatisch zu Lösungen und du brainstormst so viele spannende Konzepte, kannst sie gleich priorisieren. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin beim Aufbau vom Canvas-Modell. Es ist super einfach. Stell dir einfach vor, du hast eine DIN A4-Seite im Querformat mit neun Feldern. Also ganz ähnlich wie das Business Model Canvas. Und es gibt drei Segmente. Weil zum einen möchte ich ja alles über das Produkt erfahren und ich möchte einen Schlachtplan entwickeln, um das Produkt zu launchen. Deswegen gibt es drei Felder, die sich mit dem Markt beschäftigen. Hier will ich alles zu den Kundenbedürfnissen erfahren, um so eine rudimentäre Bayer-Persona aufzubauen. Dann gibt es vier Felder, die sich mit dem Produkt beschäftigen. Hier will ich alle Alleinstellungsmerkmale in Erfahrung bringen aus der Perspektive des Teams. Das ist dann die Grundlage für den guten Content. Und zwei Planungsfelder unten auf dem Grund des Canvas-Modells, die bringen alles zusammen und priorisieren Meilensteine auf dem Weg zum Ziel. Mein Canvas-Modell hat aber noch eine Besonderheit. Denn wenn du dieses Gespräch führst mit deinen internen Experten, dann werden so viele tolle Ideen zum Tage kommen. Die passen ja gar nicht alle auf eine DIN A4-Seite, außer mit Schriftgröße 2 vielleicht. Aber dann hast du halt diese Klarheit, die ein Canvas-Modell bringen soll, halt nicht erzielt. Also habe ich Raumfelder geschaffen. Zu jedem Feld gibt es quasi so einen digitalen, virtuellen Raum, den du erstmal durchläufst. Das heißt, du durchläufst diese neun Felder nacheinander, wie so eine Reise. Und am Ende packst du die Quintessenz auf die erste Seite. Und damit gehst du dann raus. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den du lieben solltest, weil jetzt ist dann die Zeit für Content-Experimente. Die finden nur in wesentlich klaren Rahmenbedingungen statt, weil du mit dem Team vorher schon ganz, ganz klar abgesteckt hast, wer könnte denn unsere Zielgruppe sein, welche Formate bevorzugt sie, welche Botschaften werden vermutlich ankommen aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrungen. Und das deutet einfach weniger Iterationsschleifen auf dem Weg zum Product-Market-Fit. Ich fand deinen Start eben bei der Antwort interessant mit diesen starren Framework-Systemen. Das Gefühl hatte ich auch nie bei mir. Ich hätte gerne mal eines gehabt. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich denke mir immer, wo wäre ich heute, 15 Jahre danach, wenn ich vielleicht von Anfang an einen Coach gehabt hätte oder jemanden, der mir da auch ein bisschen hilft und so weiter. Und manchmal tue ich mir heute noch schwer, einen Experten zu fragen, kannst du mir hier an der Stelle helfen, obwohl ich ja selbst jahrelang als Dienstleister gearbeitet habe und Unternehmen geholfen habe in vielen Situationen, wo ich ja auch im Endeffekt einen Dienstleister, Berater, Coach, ich mag dieses Wort nicht so, aber theoretisch bin, war, bin, wie auch immer, bin nicht mehr, war eher. Heute coache ich eher meine Mitarbeiter, dass sie die Bereiche, die sie führen müssen, also gerade die Führungskräfte, dass sie, im Endeffekt geht es ja wieder genau in dieselbe Richtung. Wir haben eine Abteilung, die eigene Monetarisierungs, wie sagt man dazu, Bereiche sind und die müssen ja auch sich von selbst tragen perspektivisch. Und da sind wir ja wieder im Endeffekt in einem Unternehmensaufbau innerhalb des Unternehmens und ich lasse ja heute auch an meinen Erfahrungen teilhaben, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wir helfen ganz vielen Agenturen mittlerweile bei HR-Dienstleistungen, bei Controlling und so weiter. Natürlich, warum? Weil wir die Erfahrungen gemacht haben und nicht, weil wir, also heute auch und ich wäre früher froh gewesen, mal jemanden zu haben, der mir genau bei diesen Sachen helfen hätte können. Deswegen total spannend. Kann ich nur unterstützen die Aussage, dass es eigentlich zu mehr Kreativität führt oder anders gesagt, es hilft dir eigentlich das zu machen, was du am Ende machen willst. Also das, was dir auch am meisten Spaß macht. Du kannst dich auf dein Kernprodukt konzentrieren und verlierst weniger Zeit mit den Themen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Was mir dazu auch noch einfällt tatsächlich, wenn du so ein Template hast, sieht das gesamte Team, mit dem du arbeitest, eben auch was passiert. Also alle haben auf Augenhöhe die gleiche Flughöhe. Das macht das so viel transparenter, dass alle wissen, okay, was wird jetzt gerade von mir erwartet. Und danach kommt der Bereich, alles klar, da kann ich dann das Thema droppen. Und das heißt, das ist einfach so ein sehr, sehr gleichberechtigtes Strategiemodell. Und auch gerade die Nicht-Marketer, also Ingenieure, Wissenschaftler, die Menschen, die ja auch Innovation entwickeln, bei denen das Thema Kommunikationsstrategie oder allgemein kommunizieren und sichtbar werden, halt eher Schweißperlen auf die Stirn treibt. Und denen nimmst du damit auch so ein bisschen die Angst, weil du sie durch den Kommunikationsprozess führst und ihnen zeigst, hey, wir brauchen dich. Du bist so ein wichtiger Multiplikator in der Buyer-Journey und du musst dein Wissen nach außen teilen. Hast du konkrete Cases, bei denen... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Hast du konkrete Cases, bei denen dieses Modell einen Mehrwert schafft? Ich habe es ja aus meinem eigenen Painpoint als B2B-Marketer herausentwickelt, der so aussah, ich einzigster oder einziger B2B-Marketer in einer sehr, sehr, sehr großen Organisation mit tausenden Mitarbeitern, hunderte Ingenieure, die ständig geilen Scheiß entwickeln. Und dann kommt so eine neue Innovation auf meinen Tisch und alle sagen, ja, jetzt mach mal, bring das mal raus an den Markt. Und meine Challenge war dann, okay, ich bin jetzt kein Ingenieur. Wie verstehe ich, was das macht? Wofür das was macht? Wer die Zielgruppe ist? Welche Kanäle ich das bringen kann? Und mir wurde dann klar, ich muss einfach meine, ja, nicht-Marketer-Kollegen zu Mitstreitern machen auf dem Weg dahin. Und ich muss sie halt instrumentalisieren, wie ich es eben gesagt habe, als Multiplikatoren. Also für diesen Case ist es besonders gut geeignet, wenn du richtig schnell sehr, sehr fundierte Ergebnisse brauchst. Also ich gehe nämlich davon aus, dass das Wissen immer schon da ist in der Organisation, nur wir reden viel zu wenig miteinander. Und ich gehe auch davon aus, dass wir viel zu viel reden, wenn wir dann reden. Also gerade im B2B, wir neigen dazu, die Leute mit viel zu vielen Details zu überfordern. Und es reicht ja eigentlich dieser eine Tropfen, der so quasi das Fass zum Überlaufen bringt und wir holen immer die Gießkanne raus. Und deswegen denke ich, es braucht diese eine magnetische Botschaft, die du für deine Go-to-Market-Strategie identifizierst und auch variierst über alle Kanäle hinweg, die dann wirklich konsistent ist. Alles andere, das können die Kollegen dann später im 1-zu-1-Gespräch mit den Interessenten handeln. Also das wäre der normale Use Case und in einer perfekten Welt würde natürlich kundenzentriert Innovation betrieben werden mit allen Abteilungen in einer Organisation von Anfang an zusammen, sodass man diese gewaltige Expertise auch schon in der Produktentwicklung nutzt. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht bei so einigen Organisationen im Industrie-Gütersektor. Ich glaube, perfekte Welt, die werden wir eh nie erreichen. Aber gut, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Durchführung beziehungsweise welche Voraussetzungen sollten denn gegeben sein? Also der richtige Zeitpunkt in einer idealen Welt hättest du noch so zwei bis drei Monate Zeit. Das wäre natürlich klasse, weil du willst ja so ein paar strategische Touchpoints aufbauen und je nachdem, wer die Zielgruppe ist und wie hochpreisig dein Produkt ist, könnte das ja auch ein bisschen intensiver sein. Aber das sollte reichen, zwei bis drei Monate wären super. Und dann begleitet dich das Modell in dem Launch-Prozess. Und idealerweise triffst du dich dann auch regelmäßig während des Launch-Prozesses mit allen Kollegen, die beteiligt sind und nutzt das Modell als Wissensspeicher, um einfach auch das ganze Feedback aus dem Markt zu dem Content, den du da rausgehauen hast, auch wiederum zu verwalten und daraufhin besser zu werden. Zum Beispiel Fragen, die aufgrund deines Contents aus der Zielgruppe kommen, sollten halt irgendwo in einem FAQ-Fragebogen gesammelt werden, der auf einer Landingpage im Futterbereich zu finden ist beispielsweise, damit alle davon lernen können. Wie funktioniert dieses Marketing-Canvas für dich am besten? Live oder remote? Also es funktioniert sowohl live als auch remote. Wichtig ist, dass die richtigen Menschen dabei sind. Also genau die Menschen, die das Wissen besitzen und dieses Thema voranbringen wollen und müssen und gerade in größeren Organisationen hast du globale Teams und die sind über die ganze Welt verteilt, über verschiedene Zeitzonen. Und dann ist es halt einfach genau das richtige Tool, um sehr, sehr punktuell die wichtigsten Informationen einzuholen und ein gutes Gespräch zu initiieren. Machst du das live, weil alle vor Ort sind, hast du natürlich als quasi Marketing-Team die Chance, alle auch persönlich kennenzulernen. Ist auf jeden Fall nochmal besser, weil dann hast du deine Mitstreiter einmal um dich herum versammelt und es ist dann leichter, auch im Go-to-Market-Prozess die dann aktiv einzubinden. Ich glaube, es ist eine tolle Gelegenheit, Menschen, die in einer Organisation sonst nie miteinander Kontakt haben, an einen Tisch zu bringen. Und ja, jeder Produkt-Lounge ist so eine Situation oder so eine Gelegenheit, weil du einfach für jedes Produkt, oft Menschen, die ja in unterschiedlichen Bereichen einer Organisation arbeiten, die daran beteiligt sind. Und deswegen ja eine großartige Gelegenheit, dieses Schwarmintelligenz da mal zu bündeln, einfach zu gucken, was da drin steckt und was da noch passiert. Denken wir uns mal vor, also normalerweise setzt du dieses Modell ja ein, wenn du ein Produkt-Lounge hast, von irgendwelchen Innovationen, neuen Produkten, wie auch immer. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind ein Unternehmen, das vielleicht sehr langweilige Produkte hat oder, was ist ein langweiliges Produkt? Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Oder so MeToo-Produkte, ja, also Nachahmungen von Innovationen oder wie auch immer. Funktioniert da das Canvas-Modell auch? Also es funktioniert für B2B und B2C und Innovationen und MeToo-Produkte. Worum es ja grundsätzlich geht, ist dieser Gedanke, dass der Product-Market-Fit zerbrechlich ist. Hast du den einmal erreicht, kannst du den immer wieder verlieren. Weil da draußen können eine Milliarde Dinge passieren und passieren auch jederzeit. Dir dafür sorgen, dass deine Zielgruppe vielleicht doch was anderes kauft. Und die Frage ist, wie kannst du das irgendwie auf einem Radar, diese feinen Stellschrauben tracken und reagieren? Denn jede Innovation wird früher oder später zu einem MeToo-Produkt. Damit hatte ich ja auch Tesla gerade zu kämpfen mit neuen E-Mobility-Riegelherstellern aus China beispielsweise. Fakt ist, wenn eine Innovation zu einem MeToo-Produkt wird, dann ist es umso wichtiger, dass wenn du dich nicht mehr über Product-Features und nicht mehr über Product-Features-Alleinstellungsmerkmale findest, dann musst du zur Love-Brand werden. Dann musst du einfach mit dem Menschen in deinem Team arbeiten. Und in dem Canvas gibt es tatsächlich einige Felder, die gerade emotionale Faktoren ansprechen, weil ich festgestellt habe, dass B2B so ein Problem hat, dass nicht nur alle Logos auf blau sind, sondern eben die B2B-Brands eben auch sehr unemotional auch zum Lachen in den Keller gehen. Und die Menschen, die die Produkte entwickeln, sind die größten Alleinstellungsmerkmale. Das vergessen wir nur leider sehr oft. Und deswegen ein Feld im Canvas heißt der unfaire Vorteil. Ein Feld, mit dem viele Teams echt große Probleme haben, das auszufüllen, weil ich sie dann gezielt an der Frage, was macht euch denn besonders? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Welche Entscheidungen habt ihr auf dem Weg hierhin getroffen? Und warum tut ihr euch das eigentlich an, euch auf diese Reise zu begeben? Warum liegt euch die Zielgruppe am Herzen? Welche Koryphäen habt ihr eigentlich hier in eurem Team, die diese Branche revolutionieren wollen, die einzigartiges Wissen gesammelt haben? Weil darum geht es ja, dieses Vertrauen aufzubauen und über auch Sympathien und Vertrauen Unterschiede zu schaffen. Mal so ein Beispiel aus der Musikindustrie. Wenn so ein neues Genre entsteht und neue Bands in diesem Genre entstehen. Nehmen wir mal die Hamburger Schule. Ich bin etwas älter. Und da gibt es so Bands wie Blumenfeld und Tocotronic. Und beide sind total gut, schreiben unglaublich coole Songs, sind live in der Wucht, haben tolle Sänger etc. Dann ist es eine Frage einfach auch der Sympathie, wer vielleicht witziger ist oder welche Brand Personality dir mehr legt und wo du mehr mit andocken kannst. Dass je offener du wirst, auch als Marke, je mehr du zeigst von deinen Werten, von deinem Warum und die Menschen mitnimmst, dich öffnest und auch eben den Mitarbeitern eine Bühne gibst, ihre Motivation zu teilen, desto stärker kannst du auch als MeToo-Brand dich abheben in einem Sea of Sameness, in dem viele B2B-Marken sich bewegen. Geh mir mal davon aus, du hast einen Neukunden oder einen Coach, der sich mit diesem Modell beschäftigt, hat einen Neukunden und ich nehme an, dass es erstmal ein bisschen Workshop basiert. Man muss das ja zusammen erarbeiten. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so läuft. So lief das bei mir früher immer, wenn ich das mit Unternehmen gemacht habe. Problem hier, es ist ja eine Momentaufnahme. Also wir machen diesen Workshop, wir machen vielleicht einen Audit des aktuellen Status Quo in der Firma. Wie schafft man das denn im Anschluss deiner Meinung nach, diese cross-funktionale Kollaboration im Alltag am Leben zu erhalten und den Fokus auf die Zielgruppe nicht andauernd wieder zu verlieren? Du hast ja auch von dieser Gebrechlichkeit gesprochen vorhin. Das würde mich doch, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen. Das ist glaube ich, jetzt wird es psychologisch, Mario, weil wir Menschen sind halt echt Gewohnheitstiere und wir müssen Dinge einfach immer wiederholen und je weniger schmerzhaft etwas ist und je größer die Vorfreude auf so eine Wiederholung, weil es eben auch so ein Erfolgserlebnis gibt, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, so Canvas-Modelle sind perfekte Tools, um gute Gewohnheiten zu installieren in diesen Prozessbereichen. Weil die größte Challenge ist doch eigentlich, wenn du dich regelmäßig auch so zu Recap-Meetings mit einem Team zusammensetzt, schnell alle abzuholen und herauszufinden, okay, und wo sind die größten Probleme, wie machen wir jetzt weiter mit so einem Canvas-Modell, hast du deine Agenda quasi immer ready. Also die ist quasi immer up to date, weil es begleitet dich ja und du bist innerhalb von drei bis fünf Minuten, hast du alle abgeholt und ihr könnt direkt in die Tiefe tauchen. Weil das ist das Großartige bei einem Canvas-Modell, was das Big Picture und das Detail kombiniert, was quasi du siehst alles im Kontext und dann kannst du einmal auch ganz tief reingehen nach Bedarf, wenn einer der Experten eben einen Kommentar hat. Und das macht es zu dem perfekten Begleit-Tool für Strategieprozesse. Hast du halt einmal mit einem Team so diesen ganzen Horizont abgearbeitet und alle 360-Grad-Informationen eingesammelt, dann ist es so leicht, da up to date zu bleiben und einfach das Tool selber als Grundlage für Meetings zu benutzen. Das kann funktionieren, vor allem, wenn es zu deinem Canvas-Modell machst. Weil das ist, glaube ich, der geheime Trick, würde ich sagen, dass du dieses Template nutzt und dich selber damit challengest. Passt dieser Prozess für mich? Fehlt mir da irgendwas? Möchte ich vielleicht, weil ich eine andere Tonalität in meiner Organisation benutze, den Namen eines Feldes ändern? Mach es zu deinem Tool und füge vielleicht auch noch was rein, was für dich wichtig ist und dann fühlt es sich auch an wie dein Prozess. Und dann ist es nichts, kein Fremdkörper mehr, sondern einfach nur etwas, an das du alles andocken kannst, was schon da ist. Wie schaffst du mit diesem Modell eine gemeinsame Flughöhe, sodass allen Beteiligten klar wird, was zu tun ist und wo die Reise hingeht? Also, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja, das ist so. Also, hier kann ich, glaube ich, mal ganz gut beschreiben, wie ein Canvas-Modell eigentlich funktioniert. Denn alle Strategie-Modelle, die keine Canvas-Modelle sind, die sind linear. Also, das bedeutet, du hast im Worst Case 300 Seiten PowerPoint oder so, die du mit deinem Team in so einem zweitägigen Meeting mühevoll dir anschaust und du weißt nicht mehr, was am Ende auf der ersten Seite steht. Und unser Gehirn ist unglaublich leistungsfähig. Also, du kannst mehrere Dinge gleichzeitig machen, ich auf jeden Fall. Das ist auch meine größte Challenge manchmal. Und unser Gehirn ist langweilig, super schnell. Unser Gehirn liebt es aber, Vorhandenes und neue Informationen zu verknüpfen und so die Synapsen richtig zum Glühen zu bringen. Und genau das machen eben Canvas-Modelle. Du ordnest ja die Informationen über, unter und nebeneinander an. Informationen bekommen auf einmal einen Kontext. Die stehen eben nicht mehr linear, sondern wirklich nebeneinander auf einer Seite. Wie bei einer Mindmap, so ungefähr. Und deswegen, also Mindmaps sind ja total klasse Tools, um schnell Wissen aufzuzeichnen und auch, wie es sich zueinander verhält. Und genauso funktionieren Canvas-Modelle. Und das ist genau die Methode, die auch allen im Team hilft, schnell den Kontext zu verstehen und auf diese Flughöhe zu kommen. Du siehst es quasi mit einem Blick. Und dein Gehirn kann es auch direkt im Augenblick verarbeiten, weil wir so ein 16 zum neuen Blickfeld haben. Das heißt, du musst nicht mal nachdenken. Also das Unterbewusst sammelst du diese ganzen Informationen auch und das macht, ah, ich kann es gar nicht beschreiben. Und vor allem, wenn diese Informationen nebeneinander auch in Boxen stehen, dann springen auch die Gedanken hin und her. Oder du hast dann auf einmal ganz neue Ideen, auf die du sonst nicht gekommen wärst, weil du es noch nie so einfach aufgebrochen auf einer Seite gesehen hast. So ungefähr würde ich es beschreiben, aber das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung in der Arbeit mit Canvas-Modellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige unserer Zuhörer das Business-Canvas-Modell kennen, beim Marketing-Canvas-Modell. Ich hoffe, dass die Hörer genauso neugierig auf diesen Podcast jetzt reagieren, wenn sie das hören, wie ich auf das Thema neugierig wurde, weil mit dem Marketing-Canvas-Modell das für mich jetzt auch was Neues war und ich mir das gerne mal erklären lassen wollte. Und wenn du es mir erklärst, kannst du es ja auch gerade allen Zuhörern erklären. Deswegen freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich jemanden habe, der schon viel Erfahrung damit hat. Und die konkrete Frage, die jetzt für mich im Raum steht, ist, also in den unzähligen, ich hoffe für dich, unzähligen Workshops, die du schon gemacht hast, was sind denn so die typischen Problempunkte oder die schwierigsten Felder? Was geht typischerweise eher einfach und wo musst du nachhelfen? Vielleicht sogar mal den Finger ein bisschen tiefer rein bohren, weil es vielleicht auch unangenehm wird. Erfahrungsgemäß fallen die Teams immer wieder zurück in ihre Perspektive. Also im Canvas-Modell zwinge ich die Leute, sich in die quasi, also die Brille ihrer Kunden aufzusetzen, sich in die Schuhe ihrer Kunden zu stellen und sie vergessen aber zwischendurch immer wieder die Kundenperspektive. Das ist das eine. Aber alles, was auch eher, was nicht materiell greifbar ist, wird schwierig. Also B2B-Organisationen können supergut einen funktionalen Mehrwert eines Produktes beschreiben. Alles, was messbar ist, kein Problem. Tausend Dinge werden dir einfallen. Aber dann diesen emotionalen Mehrwert zu beschreiben, was macht das denn mit deiner Zielgruppe, wenn das Problem gelöst ist und auf einmal alles so viel höher, schneller, weiter funktioniert. Oder am allerschwierigsten, wohin fühlt sie das denn in der Zukunft, wenn sie dein Produkt Monate, Jahre lang einsetzen? Wozu befähigt sie das? Zu etwas, was sie noch gar nicht auf dem Radar haben, so kreativ zu werden, dass man anfängt, auch Geschichten zu erzählen, die emotional werden. Damit haben Teams echte Schwierigkeiten. Tatsächlich, also da wirklich sich dafür zu öffnen und zu weiten und dieser unfaire Vorteil auch sich selber zu begreifen als ein ganz, ganz wichtiges Erfolgstool im Werkzeugkasten, dass sie eben nicht austauschbar sind, dass jeder besonders ist und es jeden Einzelnen dieser Experten braucht, dass jeder Einzelne auch kreativ werden darf. Was kann ich tun? Kann ich vielleicht in den Podcast gehen, so wie wir beide jetzt miteinander sprechen? Kann ich auf einer Fachkonferenz über das Thema sprechen? Was kann ich tun, um in meinen Schatten zu springen? Weil dieses Wissen, was ich habe, da bin ich die einzige Person im Team und ich muss dem Team damit helfen. Das macht das Canvas vor allem deutlich. Also jeder bekommt eine Rolle. Es ist dieses Verständnis, Kommunikation ist nicht Marketingaufgabe. Wir alle kommunizieren und auch, ja, ich weiß nicht, der Vertriebsmitarbeiter kommuniziert genauso wie der Entwicklungsingenieur, wie der Marketer, wie die Person im Customer Service. Alle kommunizieren nach außen. Alle sind für das Produkt verantwortlich. Alle arbeiten Hand in Hand und müssen auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, der größte Aha-Effekt. Und das wird mit jedem Durchgang dann auch leichter. Also ich habe ja das Canvas-Modell tatsächlich auch wirklich on the job mit meinem, so in einer großen Industrieorganisation entwickelt. Und ich habe gemerkt, wie schnell meine Kollegen gelernt haben, wie leicht es auf einmal für sie wurde, zu begreifen, okay, ich brauche einen LinkedIn-Account. Ich muss sichtbar werden. Ich muss auch mal darüber sprechen, was ich hier eigentlich mache und warum ich das mache. Und ja, ich darf auch auf Kommentare in den Social-Media-Post, die ein Kunde hat, reagieren. Das muss nicht nur die Marketingabteilung machen. Das ist halt der Zauber, wenn man merkt, dass auf einmal eine ganze Organisation mitarbeitet. Und das macht es eben auch für B2B-Marketing dann wirklich möglich, Impact zu leisten, weil du hast oft sehr, sehr kleine Teams, wenn du überhaupt Marketingverantwortliche hast. Und die brauchen einfach auch diese Hilfe. Und gleichzeitig gibt es keine authentischere Hilfe als die der Kollegen, die selber ihre Rolle als Kommunikatoren wahrnehmen. Kann man sagen, dass das Marketing-Kammer-Modell quasi die Grundlage der kompletten Marketingstrategie eines Unternehmens ist? Es könnte das sein, aber ich habe es nur auf das Thema Innovation ausgelegt, weil meine eigentliche, ich verrate es dir jetzt, meine eigentliche geheime Mission, aber es muss unter uns bleiben, ist eigentlich dafür zu sorgen, dass B2B-Marketing mehr Wertschätzung erhält, dass B2B-Marketer mehr Ressourcen erhalten. Und ich habe mich gefragt, welche Cases gibt es, in denen eine Organisation bereit ist, Marketing das Ohr zu schenken. Und mir war klar, wenn eine Innovation auf den Markt gebracht wird, das ist ein Moment, in dem alle bereit sind, sich mal in ein Meeting mit dir zu setzen, in dem du wirklich was bewirken kannst. Und das genau deswegen das Marketing-Kammer. Aber du kannst es auch in einem größeren Kontext anwenden, aber starte doch am besten kleiner mit einem einzelnen Produkt, mit einem einzelnen Launch. Das ist viel leichter. Du hast noch eben auch davon geredet, du brauchst einen LinkedIn-Account oder wie auch immer. Ich glaube, so ein Modell ist ja erstmal ein bisschen theoretisch. Und wir wollen es ja relativ schnell in die Praxis bringen. Und wenn man jetzt hört, Marketing-Canvas-Modell, du sprichst von Content-Marketing, also setzt da an, wo das Business-Canvas-Modell aufhört. Und dann hast du vor allem sehr schnell, bist du auf das Thema Content-Marketing gekommen, wenn ich das vom Anfang des Podcasts noch richtig in Erinnerung habe. Und für mich ist von Haus aus SEO, ist ja Content-Marketing auch ein wichtiger Bereich. Ich beschäftige mich aber auch viel mit LinkedIn-Marketing, ist auch Content-Marketing ein wichtiger Bereich. Und Content-Marketing ist ja schon sehr breit und zahlt in sehr, sehr viele Online-Marketing-Disziplinen ein. Egal, ob ich Newsletter-Marketing mache, ob ich Social-Media-Marketing mache, Inbound-Marketing mache und so weiter. Deswegen geht das ja für mich auch so in die Richtung, jetzt bei dir produktbezogen, ich denke da immer gerne direkt ein bisschen größer, weil ich dann denke, ja, wie kann ich das auf die ganze Organisation überstülpen. Aber es ist richtig, gerade wenn etwas neu ist, fangt im Kleinen an, guckt euch erstmal einzelne Themen an, ob das jetzt Innovationen sind oder neue Produkte oder vielleicht auch mal ein altes Produkt, was man neu auflegen will oder was auch immer. Ich glaube, das ist für alles relativ gut anwendbar. Und einen wesentlichen Punkt, den du eben genannt hast, also du hast eben viel über Kunden gesprochen. Und im B2B gibt es ja häufig, und ich habe da auf LinkedIn mal so eine Umfrage gemacht, nach den typischen Sprüchen in der Agenturwelt, was da immer wieder sehr gerne kommt ist, ja, entweder unsere Kunden kennen uns oder wir kennen unsere Kunden. Aber die wenigsten Unternehmen suchen regelmäßig den Austausch mit ihren Kunden. Und das werfe ich denen eigentlich auch immer vor, weil man da halt so viele Informationen bekommen kann und fassen dann auch diese Erkenntnisse aus den Gesprächen so gut wie nie, schon gar nicht strukturiert zusammen. Wie hilfst du Organisationen, schnell, einfach oder langfristig an das richtige Kundenfeedback ranzukommen? Einen wichtigen Schritt im Marketing-Campus-Prozess unterschlagen, um diese Frage zu beantworten, bringe ich dir mal ein. Wenn du dich mit deinem Team zusammengesetzt hast und dieses Canvas-Modell ausgefüllt hast, hast du ja eigentlich nur Hypothesen und Annahmen zum Verhalten deiner potenziellen Kunden auf dem Markt. Das ist schön und gut. Und ich sage, das muss jetzt mal getestet werden. Bevor du rausgehst, wäre es doch so einfach, jetzt mal mit der Zielgruppe zu sprechen. Weil jedes Unternehmen, das schon im Markt ist und beispielsweise einen technischen Einkäufer als Zielgruppe auserkoren hat. Nehmen wir mal an, im Bereich Luft- und Raumfahrt und das Produkt ist auch für diesen Bereich Luft- und Raumfahrt, dann könnte man ganz einfach auch mit bestehenden Kunden, zu denen man schon ein gutes Verhältnis hat, einfach mal ein Draht herstellen und dann einfach sagen, deine Expertise ist uns gerade unheimlich wichtig. Wir bringen ein neues Produkt, eine Innovation auf den Markt und wir glauben, mit deinem Wissen zum Markt kann es noch viel besser werden. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen. Und alle Kategorien vom Canvas-Modell klärst du dann einfach in einem 30-minütigen Gespräch mit der Zielgruppe. Du findest heraus, wie würde sie sich informieren? Welche Fragen würde sie vermutlich zu diesem Produkt haben? Wie nimmt sie den Wettbewerb wahr? Vielleicht erfährst du im besten Fall sogar noch was zu eigenen Schwachstellen deines Teams oder deiner Kommunikation und kannst die dann direkt mithilfe des Kundenfeedbacks ausmerzen. Also die eigene Wahrnehmung des Teams ist maximal 50%. Du brauchst die Außenwahrnehmung dazu, um das zusammenzubringen. Und die Schnittstellen, die sind die Grundlage für deine Go-to-Market-Strategie. Und die Potenziale, die du vergessen hast oder die Dinge, die die Zielgruppe wiederum nicht bekräftigt oder in Frage stellt, die darfst du noch mal hinterher fragen. Und wenn du sagst, ja, ich weiß aber nicht, wer meine Zielgruppe ist, dann sprich doch zumindest mit den Leuten, die sich in der Branche befinden oder ein gutes Verhältnis oder eine gute Idee von dem Produktnutzen haben. Irgendwo kannst du immer anfangen. Das wäre nur eine Ausrede, nicht den Kunden zu befragen. Aber du solltest Leute befragen, die vom Mindset her auch die sind, von denen du gerne mehr hättest, weil sie auch von den Werten sehr gut zur Organisation passen. Also mindestens drei, aber auch gern 20. Je mehr, desto besser. Genau, das ist auch Teil meiner Arbeit. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn das jemand von außen macht. Du bist dann offener tatsächlich und redest auch offener über das Produkt und die Organisation, weil das ja eine dritte Person ist. Das ist ein sehr, sehr unbefangenes Gespräch. Da komme ich gern mit einem Thema um die Ecke. Also ihr hört mal in den Podcast letzte Woche rein. Also wenn ihr dieser Podcast online geht, dann wird eine Woche vorher ein Podcast online gehen zum Thema Community Management. Und ich glaube, es ist total sinnvoll, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, weil man nämlich im Nachgang, gerade wenn Kundenfeedback gebraucht wird, ein schneller Zugang zu diesem Feedback existiert, wenn man eine funktionierende Community hat. Im Idealfall sind es auch nicht nur Leute, die euch den Bauch pinseln, sondern auch gerade Leute, die euch auch ehrlich sagen, wenn etwas nicht so gut ist. Und in alle Richtungen. Das macht, glaube ich, eine gute Community aus, wenn man sie voneinander lernen möchte. Und ich werde das mal hier in den Showdowns auch verlinken. Wer Lust hat nach dieser Folge, sich da auch noch ein bisschen weiter reinzuarbeiten, hört euch das mal an. War sehr abwechslungsreich und amüsant, diese Folge. Kann man sich anhören. Susanne. Merkung zu, super wichtiges Thema. Sich auch große Schnittstellen zu meiner Arbeit. Es gibt ein total cooles Paper zum Thema Community-Led Growth, speziell für Markteintrittsstrategien, das Professor Carolin Dorst und Ramona Grimm vor wenigen Wochen veröffentlicht haben. Vielleicht magst du den Link auch noch. Es ist ein frei verfügbares Paper, in die Shownotes packen. Es ist richtig, richtig erkenntnisreich. Sehr cool. Also suchen wir raus. Wenn wir es nicht finden, fragen wir dich, wo wir es finden. Und dann stellen wir das sehr, sehr gerne auch in die Shownotes. Sowas kann nur weiterbringen. Zwei Fragen habe ich noch. Kein Podcast ohne AI. Das Thema momentan, das glaube ich alle umtreibt. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt, unverblümt. Braucht man Templates wie dieses in Zeiten von JGPT überhaupt noch? Ich hoffe, dass du meine Antwort verkraften kannst. Ich sage nämlich ja, mehr als je. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir manchmal dazu neigen, etwas zu früh uns auf die KI auch zu verlassen. Und ich bin ein ganz starker Verfechter, gerade in Go-To-Market-Prozessen. Das wäre es, die Human Intelligence abholen, um für die KI mehr Kontext zu schaffen. Machen wir das nämlich nicht. Also haben wir nicht diese ganzen wertvollen Goldnuggets aus den Köpfen unserer Experten, die uns einzigartig machen, sehe ich eine ganz große Gefahr für das, was gerade auch passiert. Seelenloser, austauschbarer, mittelmäßiger Content, der die Leute nervt und frustriert und langweilt. Also diese Hypersättigung an Content am Markt, die man eigentlich nur dadurch zerbrechen kann, dass man relevantere Inhalte wieder erstellt, statt noch mehr Content. Und zu relevanteren Inhalten kommst du garantiert besser, wenn du der KI mehr Kontext gibt, auf Basis der sie arbeiten kann. Also mein klares Ja, Templates helfen da ungemein. Und mit einem Marketing Canvas im Background kannst du wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde 50 coole Content-Ideen generieren für deinen Go-To-Market-Prozess, kannst die bei Persona weiter ausarbeiten. Ich sehe da so viele geniale Anknüpfungspunkte und du hast halt einfach ein strukturiertes Fundament, auf dem du aufsetzen kannst. Und du kannst immer wieder dich dieses Fundamentes bedienen und hast maximale Konsistenz. Also ich denke, das geht perfekt Hand in Hand tatsächlich. Wie siehst du das? Also jetzt macht doch total Sinn, oder wie ich das jetzt ausgesucht habe? Ich oute mich hier immer wieder, dass ich gar nicht so tief in dem KI-Thema drin bin, wie ich sein sollte. Ich bin froh, dass meine Mitarbeiter sich sehr viel damit beschäftigen, um die Prozesse effizienter zu machen. Wir als Plattform bieten ja quasi eher die Grundlage für Experten, die KI haben, um das hier auch breit zu treten und so weiter. Aber ja, natürlich müssen wir uns in einzelnen Punkten auch damit beschäftigen. Ich verkrafte deine Antwort, sehr gut sogar, weil ich nämlich auch hier intern so ein bisschen der Verfäscher bin. Leute, einmal mehr drüber nachdenken, kann auch helfen. Auch um vielleicht das effiziente Hilfswerkzeug KI besser zu bedienen. Und dass da einfach noch bessere Ergebnisse rauskommen. Frei nach Shit-in, Shit-out und so. Ja, also mehr nachzudenken. Ich halte das auch total, ich finde die Entwicklung total cool. Also ich gehöre nicht zu denen, die Angst davor haben oder es verurteilen oder wie auch immer. Mir fehlt die Zeit, mich richtig tief reinzuarbeiten. Bin aber jedem empfehlen, nicht meckern. Versucht euch in den Drivers hier zu setzen und das zu lernen. Aber wenn ihr es richtig lernt, versteht ihr auch relativ schnell, wo es sinnhaft ist, selbst mehr drüber nachzudenken, bevor ihr das Werkzeug nutzt, damit es noch effizienter für euch wird. Und dann gibt es da ganz, ganz tolle Anmeldungsgebiete. Ich glaube, das gilt einfach für alles. Ich stelle die Frage trotzdem immer gern provokant, weil ja jeder auch so einen anderen Blick auf die Materie hat. Und manche haben auch Angst davor. Das hat man immer wieder. Keiner gibt so gerne zu. Aber es ist ja doch eine Entwicklung, die sehr schwer in der Geschwindigkeit auch aufnehmbar ist. Auch sehr breit in vielen Bereichen. Ich war letztens auf einem Festival, letztens schon wieder April, schon wieder ein bisschen her, oder März sogar. Aber da ging es um Food, Logistik und so weiter. Und ich dachte, wir sind weit im Thema KI. Ich habe dann der Panel-Diskussion gehört, da habe ich mir in den Ohren gewackelt. Also das war wirklich, da habe ich gesagt, wir sind hinten dran und da sind andere Bereiche viel, viel weiter als wir. Und wahrscheinlich ist es auch so. Aber ich würde trotzdem immer raten, genauso wie ich jeder Führungskraft rate, alles mal selbst gemacht zu haben. Also auch jeden Job mal selbst durchgeführt zu haben von seinen Mitarbeitern, damit man seinen Mitarbeiter A, besser hinterfragen kann, B, auch besser helfen kann. Macht es Sinn, auch bevor man die KI einsetzt, das auch mal selbst alles versucht zu haben und sich dann von der KI maximal helfen lässt. Also vielleicht noch besser zu werden, aber ich glaube erst mal, ich glaube, es dauert noch lange, bis die KI eine echte KI wird und sich dann auch selbst weiterentwickeln kann und bis sie so gut wird, dass sie uns Menschen wirklich übertrifft. Also ich glaube, dass die Genauigkeit, die Geschwindigkeit und so weiter jetzt schon uns hilft, besser zu sein oder auch besser ist als Menschen. Aber ich glaube, dass die kreative Leistung, aber vielleicht will ich es auch noch nicht anders wahrhaben. Es ist wieder Platz für drei weitere Podcasts wahrscheinlich, über diese Frage zu reden. Aber ja. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Da denke ich auch gerade drüber nach, ob ich zum Beispiel einen Bestseller lesen wollen würde, der von der KI geschrieben wird. Wahrscheinlich mit dem Wissen nein. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann. Ich würde es, glaube ich, einmal probieren, um ein Urteil bilden zu können. Aber ja, es gibt ja auch manchmal Schriftsteller, die man eigentlich, die man mag. Aber dann kommen wieder die anderen. Also ich kenne jemanden, der schreibt schon seit, der arbeitet schon seit acht, neun Jahren mit den Themen, so lange, Large Language Models und so lange, bevor JGPT auf den Markt kam. Und der hat vor vier Jahren schon Geschäftsberichte problemlos in Hessisch oder in Bayerisch verfassen können und so Sachen. Also der war schon tief drin und das klingt, ist heute für jeden einfach. Damals war das nächstes Thema und er hat sich dann einen riesen Spaß draus gemacht und teilweise hat er mir Sachen geschickt, wo ich nicht unterscheiden konnte, ob er das war oder ob das eine KI war oder wie auch immer. Und das ist schon Jahre her. Also was kann die heute? Nochmal, ich glaube, es ist ein Thema, das kann man in drei Podcasts nochmal breittreten und das reicht wahrscheinlich nicht. Man könnte eine eigene Podcast-Serie daraus machen. Vielleicht eine neue Idee. Naja, lassen wir das. Ich habe noch eine Frage. Normalerweise pitche ich nicht in diesem Podcast. Überhaupt nicht. Trotzdem hier in dem Bereich würde mich das mal interessieren. Also du beschäftigst dich sehr viel damit. Ich habe auf deiner Webseite ein bisschen was dazu gesehen. Die können wir auch mal verlinken hier in den Shownotes. Ich habe auch mal so ein bisschen Marketing-Canvas-Model einfach mal gegoogelt, habe dann den einen oder anderen Template oder auch Screen gesehen und so. Fand ich nicht unspannend. Kann man sich viel mit beschäftigen. Ich bin ja immer ein Fan davon, sich nicht immer alles selbst beizubringen, sondern sich auch schneller beibringen zu lassen. Bietest du da Workshops an oder wie machst du das? Berätst du da auch oder machst du eher nur so Schulungen, so Workshops, dass so ein Grundverständnis dazu da ist? Hilfe mal ein bisschen. Ja, sowohl als auch. Also ich war ja fast mein gesamtes Leben lang einfach ein ganz regulärer B2B-Marker, Hands-on operativ tätig und irgendwann, um mein eigenes Seelen-Highlight irgendwie auch zu retten, habe ich gedacht, das, was ich jetzt hier gelernt habe, das darf ich bitte nicht für mich behalten, weil wenn es bei mir so gut funktioniert, dann auch bei anderen Marketern. Und ich weiß, dass viele B2B-Marketer ganz, ganz ähnliche Probleme haben. Das war für mich die Motivation, zu sagen, okay, ich gehe raus mit dem Modell. Und angefangen hatte ich tatsächlich einfach auf Konferenzen und im Podcast darüber zu sprechen, aber mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass Teams auf mich zukommen, die wirklich aktiv nach neuen Tools scouten, die sie in ihre Organisation bringen können. Und mit denen arbeite ich dann auch meistens über einen längeren Zeitraum zusammen. Und was ich vorhin gesagt habe, dieses Tool zu deinem eigenen machen, das bringe ich dir in die Organisation. Ich zeige ihnen, wie sie dieses Tool zu ihren eigenen Tool machen, und wie sie diese Workshops durchführen und ihre eigenen Innovationsprozesse damit optimieren. Denn in jedem Unternehmen gibt es schon Innovationsprozesse. Nur meistens hat keiner genau definiert, wer macht was, wann, in welcher Reihenfolge. Und in jedem Land dann irgendwie auch nochmal findet das anders statt. Und an so einem Template kann man das jetzt natürlich andocken. Und was schon da ist, kann man in das Template befüllen und noch besser machen. Also das macht mir am meisten Spaß. Aber wenn ich die Chance habe, zum Beispiel auch bei einem Inkubator, Startups zu coachen, freue ich mich auch total darüber, weil auch natürlich gerade Unternehmen in der Wachstumsphase von diesem Modell enorm profitieren können, logischerweise. Weil das ist ja auch häufig eben ganz viele smarte Menschen, die haben ein Produkt, aber noch nicht den Marketer im Team und müssen definitiv selbst Hand anlegen und auch selber kommunizieren. Und die haben natürlich dann auch ein gutes Rüstzeug an der Hand für Marketingmaßnahmen. Das ist halt einfach nicht die große Skill vieler Wissenschaftler und Ingenieure. Das war die Antwort, die ich mir erhofft habe, weil die Folgefrage, die daraus entsteht, ist, das ist ja alles, wir haben ja sehr theoretisch darüber gesprochen, wir sind an einer Stelle ein bisschen tiefer reingegangen. Was sind denn die ersten Schritte für ein Unternehmen? Also ist das dann dieser Workshop, wie ich vorhin gesagt habe, oder ist es, keine Ahnung, schickst du denen ein Template rüber und die müssen erst mal ein paar Fragen ausfüllen. Wie viel Zeit brauche ich denn am Anfang, bis so etwas läuft? Ungefähr. Ja, Mario, dieser Gedanke, der Wille überhaupt erst, ja, ich weiß nicht, also diese Arbeit mit mir ist sehr punktuell und schnell möglich. Also der Workshop dauert vier Stunden, das ist ja nicht das Ding. Danach musst du das ja auswerten, diese Informationen. Und da arbeite ich super gerne mit den Marketern im Tandem und zeige denen, ja, wie bringst du denn den roten Faden in Informationen? Und wie findest du die Goldnagels, die auf die erste Seite kommen? Und wie bringst du das in eine Go-to-Market-Strategie? Wie holst du dann dein Team ein und briefst die und du machst jetzt das und du machst jetzt das und erinnert euch noch, wir hatten hier die, die, das ist der eigentliche, da steckt der eigentliche Mehrwert drin. Also das, meistens ist es so, ein Team sagt, alles klar, wir haben einen Product Launch, wir wollen mal was Neues ausprobieren. Ich schaue mir mal das Canvas-Modell an, sie schauen sich das dann an, merken, das sieht ganz gut aus und reden dann mit mir, merken, dass es eine Abkürzung bringen könnte, wenn ich bei dem Launch-Prozess einfach mit im Boot wäre, beim ersten Durchgang beispielsweise, weil beim zweiten Mal kriegen sie das schon alleine hin. Mein Ziel ist ja, dass möglichst viele Menschen, Teams mit dem Modell arbeiten können, ohne mich, damit B2B-Marketing mehr Ressourcen für andere Jobs hat, damit B2B-Marketing wieder mehr gewertschätzt wird und Leute erkennen, das ist eigentlich das Team in unserer Organisation, das hier alle Fäden zusammenbringt und ein größeres Team sogar bräuchte und das hoffe ich damit zu bewirken. Spannend. Ich bin am Ende mit meinen Fragen. Vielen Dank, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen geklärt hast. war schön, dich hier zu haben. Ja, sehr gerne. Lito, danke für, ja, danke für deine Zeit, danke für dein Interesse. Gerne, gerne. Zum Ende der heutigen Folge mit Susanne habe ich aber noch etwas, was ich an euch richten muss und zwar, wir sind in einer ganz wichtigen Zeit für den OMT. Warum? Unsere Agenda ist online gegangen für unsere Konferenz. Ihr wisst, unser Hauptevent am 27.09. in Mainz dieses Jahr, die Agenda ist online gegangen und in diesem Zuge möchte ich mal ein ganz dickes Danke loswerden, weil es haben sich über 200 Menschen mit Vorträgen bei uns beworben und die Leute, die Tickets hatten, haben fleißig abgestimmt und am Ende können wir immer nur 21 Vorträge zulassen. Ihr hört schon raus, es ist nur ein Zehntel derjenigen, die sich da beworben haben und ganz, ganz viele Vorträge und Themen, die echt cool sind, konnten nicht reingewählt werden. Wir haben eine super Agenda in meinen Augen. Ich meine, ihr habt es ja selbst ausgewählt. Da sind wir wieder bei dem Kundenfeedback, liebe Susanne. Wir fragen ja im Prinzip die Kunden nach ihrer Meinung und haben so die Agenda zusammengestellt. Aber, und jetzt kommt es, wir haben im Juli, wie ihr gemerkt habt, ein paar weniger Webinare angeboten als sonst. Das liegt einfach daran, dass wir auch mal Urlaub machen wollen, dass wir auch mal runterfahren, müssen im Jahr, uns ein bisschen erholen müssen. Aber, wir haben ganz viele dieser Menschen, die sich beworben haben und warum auch immer nicht reingewählt wurden, obwohl sie coole Themen hatten, gefragt, ob sie nicht Bock haben, stattdessen bei uns Webinare zu halten. Und das gibt eine richtige Webinar-Offensive ab September. Ende August geht es eigentlich schon los. Guckt mal rein unter omt.de slash Webinare. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Die sind alle kostenfrei, wie ihr wisst. Also unsere Konferenz kostet Geld. Da geht es ja auch um mehr als nur Vorträge, auch Networking und Co. Da gibt es auch noch Tickets. Solltet ihr vielleicht auch nicht verpassen. Aber, wenn es euch nur um Fortbildung geht, Webinar-Offensive 2024 wäre der perfekte Titel. Wir haben so einen Titel nicht. Klingt so ein bisschen nach Vertriebsoffensive von dem Herrn, wie ist er noch? Aber nein, wir machen eine Webinar-Offensive und werden sehr, 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 sehr viele Webinare anbieten den Rest des Jahres und hoffen, dass wir euch damit einen großen Gefallen tun und hoffen auch, dass ihr euch für viele dieser Webinare anmeldet, gute Anmeldezahlen, so wie eigentlich immer, auch verursacht und dass ihr das auch wertschätzt, wenn ihr darauf Bock habt oder bestimmte Themen euch fehlen unter info.atumt.de könnt ihr mich auch anschreiben und wir werden dann auch versuchen, hier mehr auf euch einzugehen. Aber ich glaube, das wird richtig geil. Also omt.de slash Webinare schaut mal rein, da passiert aktuell jede Woche was, da kommt immer mehr dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.